Das geht in die LP gucken mal. Was machst du denn da? Die gucken ja sowieso nicht. Du hast doch Slime in mein Born. Du bist aber hindert, Alter. Geh doch mal ab mit deinem Scheiß. Ich will keinen Slime, jetzt aber ab. Du bist aber hindert dich. Dreck. Bin ich. Tschüss. Mist, das funktioniert nicht. Was hast du gemacht? War nix. Achso, du wolltest das Buch rausnehmen und dann... Nein, wir wollen das Buch gleichzeitig durch. Ging aber nicht. Geh zu zählen, dass dann nicht gesetzt wird. Weiß das jetzt zurück. Also gehe ich jetzt zu Flash und mit der Tomo und dann stelle ich die bei, äh, Dinge zu hin. Guter Plan. Klar, das machen wir so. Okay. Warum bist du denn gebleibet? 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 Nein, 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 nein. Wo waren wir nochmal? Wo waren wir nochmal? Das war irgendwo da hinten. Über hier hinten. Da hinten hin. Lalalala. Kennest du? Lalalala. Schön scheiße, wenn man nicht mehr weißt, wo das war. Oh, das alte Lager. Ah ne, das ist mit einer der Häuser. Das ist so komisch verwirrend hier aufgebaut irgendwie. Man denkt die ganze Zeit im Kreis. Schön scheiße, wenn du eh nicht zu mir kommst, ne? Warum? Wenn kein Buch mehr drin ist. Ja, ich hab noch ein Buch. Alles Schausen an der Schuld. Ich hab noch ein Buch. Ja, wenn du jetzt zu mir kommst. Buch, was zu dir führt. Ja, wie? Ich kann dir einen Trick zeigen. Nun? Soll ich dir zeigen, wie man schnell dahin kommt? Na? Wer ist? Oh, hab erst noch ne Nuke. Vergiss es. Wer will dir, wenn ich denn ne Nuke klauen? Ich hab keine Nukes. Oh, eine. Kunde. Ich glaube, ohne zubereitetes Uran kommst du da nicht ran. Warte. Guck gerade mal. Re-enriched Uranbarnzelle. Hm. Ja. Ne hab ich nicht. Aber die haben ja doch bestimmt irgendwo rumfliegen. Was ist denn im E-mesis? Da war irgendwas drinnen mit Uran im Zen, ich weiß das. Ich weiß, die hab ich alle gerade in der Hand. Ich hab dir übrigens mal, ich hab dir übrigens mal so einen blauen Slime da hingestellt. Die Größe von Zendos. Ja, von mir vor allem. Ja, natürlich. Was hast du von mir kommen denn? Ich hab die oder was? Hä? Schleim, 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 Schleim. Schleim, Schleim, Schleim. Hast du jetzt Uran? Von mir kommt das nicht. Die hab ich nicht schlecht. Ja. Kacke, ich weiß. Schon blöd für dich. Das hier hinten. Das Lager des Lagers. Lager, Lager im Lager. Und ich hab noch gelagert. Achso. Live Reception. Wer hat hier denn Stormbrick reingesetzt? Wo denn? Wo denn? Weil... You chose. Was ist das denn hier, alter? Wo bist du denn? Durch dein weißes Portal. Toll, die sind alle weiß. Die ganze Barrels stehen. Die sind alle weiß. Ach du bist da unten. Das ist... Da. Achso, weil ich da... Zuvor war das ganze... Zeug war's im EMS System. Hab ich da einfach in die Barrels reingepackt. Oh, ich glaub ich hier mal Zendos, oder? Ne, will ich nicht. Hm? Recycler. Was habt ihr wieder bei mir hier reingeworfen? Ich krieg das nichts bei mir reingeworfen. Ich würd's ja was nicht tun. Oh, du war das bestimmt schon wieder. Ey, wo hab ich's gemacht? Ja. Hier ist irgendwas drinne, was dir da nicht passt. Block of Dark Iron. Das war ich nicht. Hab ich noch nicht mal. 16 Stück. Soll ich noch nicht. Egal, die kann drum bleiben. Das ist ein... Guck mal hier und ist so ein Haarbringer. Hey, grüß dich erstmal. Boah, hau mich doch nicht, du Affenkopf. Hast du wohl weg. Der haut mich. Geh mal weg, Affenkopf. Geh mal weg, Affenkopf. Geh mal weg, du Affenkopf. Geh mal weg, du Haarbringer. Geh mal an, lass Haare bringen. Tschüss. áginać rempli-table. Jetzt weiss ich nicht, was ich machen wollte. Hier ist das de- only accelerates Redstone, der SubBLE owner. Du stabilisierst Redstone. Bei ruinsSi das Redstone. Register, die bist du gestabilisieren. Häh, was bist... Wo bist du denn? einfach naja ist eine tasche unter mir doch jetzt doch allen schaden du hast den schaden du war auch er schon blöd ne oder es labern ich glaube ich erträg mich macht das viel spaß warum ist er immer hier weg die von mir pvp ausgemacht der einzige und warum ich weiß ab hier da lach da war holz ah ja willst du nicht mal so eine kometen bei ihnen landen lassen okay ich mache mit cheap mode rein du hast ja gar nicht du hast doch hier unten kometen also kometen spawner drin mhm hier sind recycling diese massfabricators den ice kometen da ähm hast du hier so viele massfabricators darum warum bist du schon wieder hier weil ich weiß wenn du sagst wo du bist ich war nicht baust einen block ab hau ich dich war nicht ich recycler ok ich kann mir nochmal abbauen was ist denn das hier sinnloseste feine überhaupt der macht nur unsinn hier ich mache überhaupt nichts ich merke das ich drücke mich gerade ach Mensch das ist nicht unsinn das ist einfach nur gebaut für dich einfach nur schlecht ich glaube ich habe die kaputt gemacht ne davon habe ich 16 stücke oder so ich weiß habe ich sie kaputt gemacht aber nur scheiße bauen ehrlich geht ja mal gar ich kann die nur kaputt machen das ist jetzt nicht so sehr schnell dauert aber länger macht nichts ich weiß ich weiß irgendwann keine blöcke mehr ich habe noch ein paar stacks im inventar ich hoffe das reicht oh nein also hier bist du bestimmt 15 oh du bist eigentlich so viel scheiße hast du Langeweile oder so jetzt gerade schon oh verdammt ich muss hier irgendwie noch durchkommen sind wir mal Ende ah das Sound klingt ganz gut ist das schöne dass du alle deine Räume so gebaut hast dass man von A nach B immer wieder durchkommt das ist echt cool ne hier ist Ende ich war 100% sicher da ist Ende was du seit mich schon wieder da hinten hier nicht durchbauen nicht durchbauen guck mal wo ist das denn hier hey Choco ja ich weiß wo der ist oh mein Gott der ist getötet ist der in der Kanalsystem oder wo nein ja der macht nur Unsinn ich vertraue ihn einfach nicht und nicht ey chosen ok ich weiß schon wer in der nächsten Folge nicht dabei ist unser Kandidat Centos ist noch dabei lass das mal so langsam mit dem Gekrolle ey soll doch gar nicht halt stopp nö ich muss hinter dir mal aufräumen nein nicht boah Junge das ey das ist jetzt nervig was du machst jetzt kann ich die jetzt kann ich unten alle ändern oh den kann man nicht allein lassen nein ich kann hier unten jetzt alles wieder ändern was denn warum weil du weil du faggot zweimal die Hebel gedrückt hast oh ich hasse dich ich weiß schon wer nächstes mal nicht dabei ist ja wir hinten doch hier haben noch Bienen beim nächsten Mal ist FVP an nein ja nur für dann stirbt schon nun auch gar nicht wahr du musst mich erstmal finden wir könnten teleportieren das ist jetzt unten ne nö hallo ich wollte mich sehen das macht die ganze Zeit schon ja irgendwann ist das Ende es ist egal wenn du es liebst man sieht dich trotzdem na doch ja das ist halt mich gefaut ich bin schneller als ihr immer nein oh oh das ist jetzt ungeil nein nein kommt schon auf das ist nicht geil nein nein ausfui nein wolken ist echt nicht so gut doch das Wasser über der minimap ich lande im Wasser ja so gott oh ey grüßt euch turtles nein 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 das ist jetzt irgendwie ungeil bin ich du? ne ja ich bin doch scheiße könnt mich nicht teleportieren nein könnt ihr nicht doch nein ja toll ich kuss ja wieder so nett bin ich ja ja Mensch das war nett bist du Items die dich geklaut haben dass ich sie wieder kriege ja du willst ja ruhig in deinem Inventar haben richtig um hier ist ja irgend so ne Farm nicht was wäre eigentlich wenn man all junkloads abbaut wenn du was anbaust alle junkloader hm würde einfach nix laden Bishop ist du da? ja wie cool wäre wie die stillstand ne und der nächste tot ja ich hab mich gar nicht mehr hören du kannst mich nicht töten denn ich kann immer wieder gesporn werden ja und wir können nicht immer wieder töten an dem gleichen platz wo hast du ihn mal hier vorne töten lassen? was töten? warte mal hier ne nur hier vorne war der platz ja warte Centus ist schon wieder gestorben warte ich hole sie wieder zu deinen sachen fau dich ah ich hab's überlebt nein das weg oh siehste genau es gibt immer noch ne höhere macht als deine jeder ist nicht leicht in was das mit deiner macht sonst schnell nur Klein Disconnected nein doch ich glaube er weniger wollen wir es ausprobieren? ich weiß ja wie du ins Grab hast oh guck mal 6 mal in was heißt er? ich weiß ja wie du ins Grab heißt ja und und dann? da kann ich dich hier lassen ah boah überhaupt 2 mal Brot hier komm her ich mach kein Brot da sind deine Klamaten ich will den ganzen scheiß überhaupt nicht mehr wieder weg damit er hat der Affenkopf aber das sieht echt schön aus ne ja denn der Server ist disconnected vom Server ach Mensch was ist denn los mit dir? schlicht lass mich rein damit schlicht kraft 8D wir sehen das nicht das weißt du ne wieso das hab ich da was drauf geschrieben ja wir können das nicht sehen ey wieso kann ich keinen mehr wieso tauschen sich meine Items wenn ich die anklicke? darum das geht noch aber ich kann die nur tauschen will die nicht haben ich teleportier dich gleich an irgendeinem Platz wo du nicht mehr hin kannst ach ja ach ja ich hab hier schon Platz wieder gefunden bin ich hier unten sicher was hin geht nicht sicher ach ach gehn ich mehr ach nein ich muss nach links ach 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 es geht wirklich wir müssen jetzt hin das ist ja extrem schwer das irgendwo noch blöcke gesetzt hier ich hab auch noch ich hab keine ahnung, ich das wie wüsste aber sei doch mal böse, du dreckst Vieh mach jetzt immer wieder ne? finder dich das spawnhaus an? nee dir ein feuerzeug finden nee du findest du keinen komm schon nein ich weiß wo mein death point ist, das sind nur 100 meter, also bin ich nicht so weit von zuhause entfernt, auch das man ausmacht haha das war, das man aus müssen wir so gleich auf die Aufnahme unterbrechen ja warum? weil gleich Ende Gelände ist wie? wir haben jetzt ne Stunde 45 ja ja aber noch mindestens 15 Minuten hm Minimum wenn überhaupt 32 32 ist aber noch Mensch bis 32 hab ich gesagt so lange noch ja was ein was ein ist das ist Fing das ist das ist nicht